hallo und den schönen dalukat den bezauberten baui wieso bin ich nicht schön warte ist auch aber du kannst auch hässlich bezaubern der maxi das wird so ja das ist okay was ist der albendudler der albendudler genau er wurde zum zeitkick geschossen wer wurde zum zeitkick geschossen wer wurde zum zeitkick geschossen das ist der balui wollen wir ihn mal balui um das zu überprüfen tau da versucht noch verzweifelt seine bildetien zu nutzen ja ich hab mein kristall gesetzt habe meine bilder die ausgewertet kann sie aber nicht benutzen jetzt auf einmal geht es balui einfach durchschuhe zu balui das ist das explodiert irgendwer hat da ein angriff auf uns gestartet vorher ist er aufgestanden worden blauli ist gerade an irgendwas gestolten das ist wahrscheinlich nicht böse ich wäre einfach mit draufgegangen ich habe ihn mal ja okay hallo hallo also jemand abgestoppt ich habe mich nicht was redest du ich mache sie es ist kaputt du redest du julia neun jahr 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 jo Karl was hat der zu sehen schaue 我是 qu hug lo neun jahr das ist das für ein spray pattern zwei fleisch anten machst du dass hier du wohnst au reis Хотя das war sehr gute arbeit Kinder Hallo ich arbeite hier bisschen anders Du arbeitest mit 10 Damage-Tabs. Hast du dich Kapuze getötet? Ne, ne. Schade Maxi. Loll, ich habe im gleichen Moment gedrückt, Maru. Pain, hab ich nicht erschossen? Ja. Ich bin im selben Moment geschwommen, ich dachte, du hast Miro an. Ja. Ich bin genau in der Sekunde gestorben. Maxi hat es mir nicht so leid getan. Maxi, warum hast du oft gehört, auf mich zu schießen? Weil ich wollte, dass irgendjemand anders dich erschießt, aber es waren alles nur noch Traitor da. Gerade in der Sekunde habe ich nämlich mit Miro angemacht. Und ich denke, das ist Euler-Kobel. Einmal hättest du schießen sollen. Ja, echt? Das hättest gar nicht bestanden. Ja, Ilems hat mich einfach da so lame. Ja, ich hab dich umgebracht, weil du auf deinen Kollegen gezielt hast. Auf Pain oder was? Der war mein Traitor-Kollege. Nein. Kapuze war dein Traitor-Kollege. Wir haben drei T's. Wir haben drei T's. Ist das irgendwie ein Confirmter Bug oder irgendwas? Pain, wenn ich sterbe, sonst kannst du mir ein leichter Loot für Credit. Ich hab den Credit Pro-Auto. Was denn? Ist das irgendwie so ein Confirmter Bug, dass das teilweise macht man ja nicht mehr so. Ne. Also was geht nicht? Ja, ich hab vorher mein Kristall gesetzt. Ein Geschenk? Wo? Nein, er hat gesagt, du stinkst. Ja, bei mir ist es aber X und nicht T. Hallo Tato. Ja. Ich hab unten das Kristall-Symbol gehabt. Du hast trotzdem im Kopf, dass du für manche Fähigkeiten gedrückt halten musst und für manche nur drücken musst. Wieso gehen diese Scheiß-Türen nicht auf? Er hat verfehlt. Er hat verfehlt. Er hat verfehlt. Er hat verfehlt. Schieß ihn ab. Er hat nicht getroffen. Wer denn? Tato! Pain weiß es. Ich weiß es. Ach so. Ja, er hat aber daneben geschossen, wollte aber treffen. Was ist er? Wer jetzt? Pain? Nein. Wer dann? A-Deckel! Wer schiebt? Jemand hat auf Tato geschossen. Ja, irgendjemand hat auf Tato geschossen. Wer hat jetzt einen rumschießen? A-Deckel! Wir haben viele Leute! Äh! A-Deckel! A-Deckel! Was ist mit der Leiche da? Pain? A-Deckel! 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 Ich hab gar niemanden geschossen. Das ist doch kein Blut. Okay, das ist auch... Die würde ich nicht anfassen. Das ist auch gar ein Blut! Ich werde gesorgen! Ich werde gedrugen! A-Deckel! A-Deckel! Wack dir! A-Deckel! Da loo du auch ja, klar! Ich hab gerade einen Trailer gekillt, Kollege. A-K-Du. A-Was bist du für ein Arschloch? wenn du von oben in eine lemon rein springt dann wirst du in der luft gehalten bis du tot bist ja du bleibst an der stelle stehen wo die lemon dann immer wieder das ding ist ich hab auch den daten von hiebs auf den langen gang eingeschossen und er hat nichts gesagt ich hab mir so ok alles klar jetzt weiß ich wer verfehlt hat ich hab auch ne blöde also ich habe ich hab nicht gesoffen irgendwas cool ist also ich war zufrieden mit meiner rolle ja ok dann ist pain also piraten hat der hand da vielleicht das ist richtig der flash das war nicht das war kurze wahrscheinlich nicht gerade ich wurde selber geflasht er könnte das gewinnen wie sein maxi geht keiner durch ne leider nicht dann wärst du tot du bist einfach reinfrieren hier der rede wollte gerade erschossen du wieder items items links reingegangen links rein nein das ist hilf mir hilf mir was warum items und maru ja maru haben wir jetzt noch items schmiddens oh gott da ging das hoch also die haben schmiddens ich seh dich nicht hallo schiff er ist weg julie ist doch kompakt und hier was macht julie ich habe noch eine waffe die waffe die waffe nein das wollte ich nicht das teilen mein freud dich sollte ich nicht an Lass mal irgendwo treffen so du bist der letzte das treffen konnte ich war ein guter deal aber sehr zufrieden guter customer service sympathisch war ja ist anders ja aber da habe ich sympathisch geht anders sagt ja ja mittlerweile ist man mittlerweile wundert man sich auch echt ist dunkel wer ist mehr gesprungen hat bei louis schon mal gelogen in dem spiel ich glaube der weiß gar nicht wie das geht ja nee wo war das hier in dem raum drin ich bin erst mal immer noch ganz vorne ich habe ich bin an keinem raum vorbeigelaufen das bin ich nicht also ich erklären bei dem bei dem aufzug der erste raum theoretisch ja ich bin lieb ich bin lieb war nur ein scherz das war ich nicht das war ich nicht das war ich wirklich nicht ich habe nicht aber terras geschossen ich habe trotzdem nicht aber terras geschossen das hat mich doch gar nicht getroffen oder war das habe ich nicht gewonnen ich habe dich nicht getötet er hat maxi harmoniert warst du das pain oder oder ja ja du hast ihn harmoniert oder ja das klingt wie shampouniert das klingt wie shampouniert ja das ist wie shampouniert aber der bei louis muss natürlich alles immer pätzen ja ja halt mal verraten der bei louis ist er frech hier ist im spiel so leute wie du so leute wie du so leute wie wer das mal lässt sich einfach abschießen okay beim viertopal ganzlschlister ey du hier ich lass mich hier aber töten du ich will auch da nicht reden bist du böse ach klar der louis ich bin unknown ja ok aber jetzt schießt mich nicht ab die wissen wo wir her kamen du bist am arsch juli ich hoffe rennen Maxi war's hey lauf Maxi war's Maxi war's ja Maxi war's ich habe es genau gesehen Maxi hat vom Gelände auf ja ich wollte ich ähm nein hey hallo ne ne alles gut alles gut wie ist der gerade umgefallen ja wie ist der gerade umgefallen wer hat den jetzt gekillt Alims ne ich nicht aber Alims nur vielleicht ich habe es nicht gesehen Alims du sagst mir aber wenn Capuz auch dazugehört ne weil dann ist das fair ne Capuz ist keiner von den coolen ok was seid ihr dann ich bin immer noch unknown also ahja gut dann ort des verbrechens sorry ich habe von Louis gekehlt ich möchte ich möchte warte 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 bist du tot Alims die einseit ich lebe ok dann warte wenn wir uns gleich sehen machen wir das wer holt die einseiten warte bevor die Runde zu Ende ist dann gewinn ich dich bist du Alims ähh Treppenaufgang ich auch bald ich wo bist du das waru oh shit ich bin da unten wo wir uns das letzte Mal gesehen haben warte ich geh da wieder hin ja ne ja ich mach 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 mein AIM hat mich zum ersten Mal dem Shooter gerettet das heißt Talo und Dalo sind böse leider nicht nein Dalo wollte umgebracht werden als unknown weil ich Traitor bin und er macht Mero an bevor es die Match Shot geht hast du leider verfehlt ich weiß immer ich kann nicht einschätzen was Maru ist ich kann nicht einschätzen was Maru ist und was Talo ist und was Talo ist ja mein Talo wuselt hier auch noch rum dann wird es wohl Talo sein wenn es nicht kaputt ist aha wenn ich Pain erschossen hab und Chaka im Taki schon tot sind und Talo auf mich schießt oh shit ne geh weg jetzt versau das nicht jetzt versau das nicht jetzt versau das nicht ich bin einfach hier hoch gerannt schnell ich bin einfach hier hoch gerannt schnell ja wie wie das war mal klar wir haben Glück gehabt hat er mich gefunden ja 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 du hast mir verraten dass du böse bist aber ich hab noch Toto gekauft dann fragt Maru ach so Toto aber überführt er braucht das hier ja das ist der Inbegriff von dem Game um uns rauswenden wer der böse ist ganz einfach ja einfach mal ein durchgespielter Spiel das ist ja egal ins Genick ins Knack ins Genick ins Genick ins Knack du stehst am Rand du musst gestupst werden und hallo das hat ja super funktioniert ich hab dich du wurdest zweimal gestupst das ist krass ich glaube Maru hat das Chaos gemacht der hat es kurz vorher gelaufen den den siebten den siebten den siebten den ich sehe schieße ich mit einer random gun an Toto war die 1 ja das ist lustig Maxi war die 2 die Leiche war die 3 Julie war die 3 wo ist die Julie hinter dir du willst du sein du willst du sein Maru war die 4 das ist nicht gut für mich Caprice die 5 Alams die 6 ja ach mach 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 jetzt du ihn oh wo ist der Dalu Baby Böse oh Lemon wo sind wir denn Lemon Lemon Dalu jetzt weg da vorne ist jemand tot umgefallen ich hoffe es war Dalu das war Julie und das ist Dalu mit oh mein ha 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 wegen kann er mich jetzt nicht mehr anschießen hä ich hätt nicht angeschossen also das war aber unhöflich Kapuze ich hörde Kapuze das war äußerst unhöflich das war nicht ich ich hab dich gesehen Kapuze hast du sein Gag gesehen? er wollts nicht hey Pen das war nicht das war nicht maaaan haut Maru alle lame Waffen raus ich hab nur ne Fack Renate benutzt und dann jetzt halt mal die Lemonade die lerne war nicht von mir achso ok die Lemonade hab ich dir nicht runter geworfen die hat mich wiederbelebt er hat mich wiederbelebt hey hey oh nein oh nein ich bin war nur ein Scherz hab noch keinen gesehen ich bin Taudan nein nein war nur ein Scherz das ist ein Shopgang Schwarz das sind Angst aber ich weiß nicht ob die Kombi funktioniert oh ja hallo Leute ich bin noch keine Faffe wie viele wir gehen das das ist aber frech Eis knife eine gewöhrene Leitung heißt das ein gewöhrene Leitung wie man die haben ja klar da ist jemand haut er so wäre jetzt auch gerade aus und kapuze möchte zu die heiß machen der beste ist jetzt alles gestoigt ich glaube wann geht das Eis knife Leute ich bin zu den halt ingern bitte Eigentlich bin du 40 AP verloren hast oder so. Iceknife geht nicht weg. Vielleicht bist du im Chat, genau. Nein. Es kann aber auch sein, dass das Iceknife nicht weg geht. Weiß ich nicht. Ist das nicht eine Minute oder so? Aber ich hatte Dalu nicht so lange eigentlich festgehalten damit. Ich hab dich gekillt. Na ja, du hast es probiert. Hat sich dem ja Julien noch eingefroren im Iceknife? Wer auch immer Mirror ist, hat grad cooldown. Jetzt oder nie. Nein, ich war resistant. Jetzt oder nie, Leute. Jetzt können wir ihn fett machen. Ich häng immer noch fest, Leute. Schubst mal jemand, Julien. In welchem? A, B. Wir sind doch alle schon hoch und runter gelaufen. Ja, hallo, grüß dich. Dankeschön. Egal. Hast du erlöst mit dem Headshot? Oh, ich werde geheilt. Dankeschön. Aber ich kann mich nicht bewegen. Aber ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott! Ich bin nicht verboten. Alle drei Traitor sind an der Lemon gestorben. Nein, die Lemon ist nicht verboten. Die nimmt man nur, wenn man nicht so gut ist. Also sagen wir es mal so. Ich würde jetzt ganz gerne das so verkaufen, dass ich Julien mit Absicht geiceknifed hab, um sie zu confirm. Aber die Lemon war doch eigentlich gut. Hat alle drei Traitor gekillt. Anscheinend. Gut gemacht, Frau Louis. Jetzt wusste keiner, dass ich das war. Mit dem du gesagt hast. Das sind ein bissl die Karma, Nate. Warum stehen denn auch alle da? Das ganze Schiff ist abgefackelt, ey. Mann, es wusste keiner, dass ich das bin. Oh, hey. Boah, vermeine. Das ist sehr leid irgendwie. Versuche es ja schießen, ne? Dinge passieren. Wegen das so, alles wegen der Soda. Ja, vermeine Soda. Ich würde gerne was versuchen, aber ich habe keine Lust so lange zuzugucken, wenn es nicht klappt. Mach mal, mach mal, mach mal, Louis. So lange zuzuschauen. Wenn es nicht klappt. Kann sein, dass ich selber sterbe. Aber es kann auch ein 200 IQ-Move sein. Ui. Will ich gerade in deiner Gegend stehen? Ich frag mich das gerade erst. Ich warte noch ein bisschen, bis die Runde ein bisschen läuft und hoffe, dass ich noch ein bisschen überlebe. Damit ich nicht so lange zuzugucken muss. Also wenn die Traitor jetzt was machen und nicht mich erschießen, dann habe ich auch noch nichts gesehen. Da ist Dalo, dann müssen wir uns entfernen. Der Dalo kann mich da abschießen. Das war recht cool. Du musst dich aber als... Also für meinen Trick ist es wichtig, dass ich mehr als Safe Inno outet. Also ich brauche einen, der muss mir beweisen, dass es auf jeden Fall Inno ist. Dann würde ich mal den einen ausgeben. Ich bin Inno. Ja, dann nehmen wir alle einen Traitor-Leiche. Dann werdet ihr Teil des Experiments. Eine Traitor-Leiche? Ja. Nicht aufschießen, bitte. Und 50 Meter Abstand wegen der Lemonade, bitte. Okay, okay, okay. Nauli, ich brauche deine Leiche. Da kommt ein Schini. Einer wird abgemurkst. Hab ich gehört, hab ich gehört. Geht, Maxi auch? Glaube ich, ist ja möglich. Ich will den Zinfektion. Oh Gott, der wird geschossen. So, ist jetzt langsam ein bisschen dezimiert. Ja, Kapuze ist auf jeden Fall nicht der, den ich haben will. Kapuze bitte nicht. Es lebt noch ein Inno. Habt ihr noch ein Inno leben lassen? Nein. Gar nicht? Nee. Schwierig. Ach Mist, dann hätte ich den Deathpacker kaufen können und ihr meine eigene Leiche bringen müssten. Muss ich euch halt alle abschießen, ja. Dann muss ich euch halt fertig machen. Ja, ey. Nice. Ach man, ich wollte Golden Deagle und Mirror nutzen auf'n Inno. Ach so. Und guck, ob der Inno trotzdem steht. Du kannst doch im Mirror nicht schießen, oder? Doch, klar. Echt? Ja. Letzte Runde. Golden Deagle mit Mirror auf'n Inno. Was passiert, ja? Tau, tau, ich bin ja am Anfang hinterher gelaufen. Du bist gegen das Treppengeländer gelaufen. Geradeaus. Oh ja, kannst du sein. Dann bin ich so, okay, alles klar. Katze, ich wollte Teil des Experts am Ende sein. Ja, ich auch. Ich war mir sicher, du bist böse. Ich war mir sicher, dass du böse bist. Also haben wir uns gegenseitig umgebracht. Also waren wir beide Inno. Und dann waren wir inno's weniger. Also waren wir beide Inno. Also waren wir inno's weniger. Aber das war'n echt lustige Runden halt schon wieder. Ne, läuft noch. Die jetzt wieder wirklich. Ich bin sehr lustig. Judy nicht trinkt's. Danke. Pain, Pain, Judy wird super lustig. Mach was Lustiges, Pain. Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Jetzt auch teilen. Ich hab halt einen Almen, Pain. Ich hab halt einen Almen, Doodler. Ich hab halt einen Almen, Doodler. Okay, Pain. Aber du hast mich nicht gekippt. Danke. Dann guck, wo was random rauskommt. Baluiii. 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 Ich würde so gerne mal jemanden Baluiiin mit meiner Baluiiin, Nate. Baluiii. 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 Baluiii, mich darfst du Baluiiin. Baluiii. Ich bin Miro. Vorne am Deck. Baluiii, was machst du denn da? Ich bin hinten an Deck. Warte, warte, warte. Dann wirf auf den nächsten Inno. Warte, Kapuze, bleib mal. Tau, Tau, Tau ist es. Er will dich Baluiiin, Kapuze. Warum? Ja, bist jetzt angeht oder nicht? Tau, Tau, Tau. Komm her, Schätzelein 2.0. Hat der Queditrenner? Ey, ist das eine Schlägerei oder was? Er wollte dich Baluiiin. Ey, dann hast du ihn noch gekillt. Er wollte dich Baluiiin. Meine Waffe. Oh, Tau, Tau. Hey, ich beobachte dich. Tau, 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 Tau. Okay. Ich habe hier auch noch einen Bloody Knife, einen Silent Fox. Das ist eine Leiche ohne Blut, doch da ist es. Ja, es ist Tau, das ist Talu und Tau, Tau. Du schießt doch, Oki. Der hat komische Sachen dabei. Die habe ich gekauft. Ich habe noch eine neue Bloody Knife. Hier hast du vom Bösen geklappt. Weil guck mal, ich habe den Grapple Hook gerade von der Leiche genommen. Nein, das ist Tau, Tau. Der Maxi muss sein, dass es Tau ist. Tau ist doch schon wieder tot, oder nicht? Tau ist doch schon wieder tot, oder nicht? Tau ist tot. Oh, hallo, Thomas. Ist doch verboten auf dem Schiff. Der Nahkampf-Tau war es hier. Nö, Flugzeug ist ja verboten. Flugzeug, kenn ich den auch, ja. Malui, Malui. Ich glaube, der ist nicht da drinnen. Ich glaube, der ist hier. Ich glaube, der ist hier. Wollte ich nochmal irgendwie. Auch nicht. Ich habe was behalten im Kopf. Hast du den Kampf gegen Blauli gewonnen oder verloren? Man weiß es nicht. Ja, dadurch, dass keiner mehr redet und Blauli ein Organ hätte, als wäre es nix. Was? Als wäre es nix. Weitem rumlaufen. Laufe nicht, ich fliege, Mann. Ich bin... Manno, warum machst du mein... Ich beiß dir. Und doof. Uff. Uff. Er hat ja sogar ne Lämmen dabei. Ist doch verboten. Das ist echt brech. Runter vom Schiff. Oh Gott, die Lämmen. Jetzt war ne Proven Inno. Jetzt ist Maxi oder Kapuze einer von den beiden. Ist irgendeiner von den beiden irgendwie Proven Inno? Maxi oder Kapuze. Aber Kapuze wurde doch... Kapuze ist Inno. Kapuze ist Inno. Tötet Maxi. Maxi ist böse. Oh, es war so gut, dass ich mir das gemerkt habe. Wer sagt, du Inno bist? Dass mein Kristall neben Kapuze war und von dem Rhythmus her und dass mein Kristall zerstört. Vorher hast du gerade Kapuze das Kristall zerstört. Echt? Ich schließe da raus, dass... Was war, was du? Dass Maxi Tee ist. Also, Payne, ich finde das richtig cool. Nur, ich hätte vielleicht schon mit der Tatsache, dass Kapuze Payne called oder Baloui called und Baloui ein offensichtlicher Traitor war arbeiten können. Aber ich finde das einfach... Ich finde das aber sehr, sehr gut, dass du das einfach... Ich finde auch... Ich wollte ihn jetzt einfach weiterreden lassen. Er war so darin vertieft. Ich dachte, okay. Der Schwinge ist mal wieder richtig lose. Der ist sehr lose. Ja, wo ist jetzt der Bogo? Maxi, treffen? Wenn ich treffe, dann ja. Hallo. Ich habe getroffen. Oh, das ist... Hey, hast du es geschafft? Und du liebst ja auch noch. Ja. Ey, du machst immer noch alle Karte. Prost alle kaputt. Muss ich ja irgendwas, irgendwie muss ich mich ja beschäftigen. Das items eigentlich auch, frage ich mich. Ich bin lieb. Also wirklich lieb diesmal. Und wo ist Maxi jetzt? Skala von 1 bis 10 würde ich ihm nicht glauben. Wer ist denn da? Was ist denn das für eine Magie gewesen? Was hast du für ein Sche... Ist das hier? Ah! Entschuldigung! Was? Was? Okay. Tauter! 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 Tauter lebt wirklich noch. What the fuck? Oh Gott! Magie! Fuck! Tauter wurde im Haus wieder beleben. Das war richtig gut, Alter. Maxis Defi ist noch durchgekommen, oder was? Du hast ja dreimal daneben geschossen. Als Max ja gesessen hat... Ich hatte übrigens nicht daneben geschossen. Habe ich bei euch daneben geschossen? Doch! Ja, du warst Meter über seinem Kopf. Also bei mir sind ich links und rechts eigentlich bleiben. Bei mir war ich halt wirklich komplett aufm Kopf drauf. Nee, bei uns warst du Meter drüber. Wenn euch das Ründchen gefallen hat, lasst gerne einen Like. Der Schau beim Verweißer wird es gut. Ciao! Adios! Adios! Adios!